Bei dem Projekt Red Bull der Lange Weg geht es um den Versuch schneller zu gehen als ein Team von 1971. Die haben es geschafft, von Wien in 40 Tagen über den Alpenhauptkamm bis nach Nizza zu gehen. Ganz grob gesagt sind es 2000 Kilometer. Das bedeutet ein Schnitt von 2000 Höhenmeter täglich. Und das ist bisher nie wiederholt worden. Sie müssen sehr viel Spürsinn aufbieten. Die Gruppe bereitet sie vor, das heißt sie tauschen sich aus über Schneckhunde, Turnführung, Rettung, all diese Dinge. Meine Schwächen sind sicherlich keine Geduld und ich bin risikobereit. Ich bin nervös über das. Die Avalanche-Konditionen. Das wird sicher die größte Herausforderung. Für uns ist es die längste und wahrscheinlich auch die härteste Skitour, die im gesamten Alpenraum möglich ist. Dieses Projekt kann sehr extrem werden. Für mich ist es das größte Projekt in meinem Leben. Ich liebe Suffering. Ich bin gut an Suffering. So wie steht fest, Abenteuer wird es auf jeden Fall. Das wird größer als alles, was ich getan habe. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020